Hallo und herzlich willkommen zu Wild Simulator Demo. Ja, sehr kontrovers in diesen Zeiten so ein Spiel, Russland, China und so weiter. Aber wir stellen uns einfach vor, die Aktivisten sind oder demonstrieren für Cannabisverbot und zum Erlaub von sehr harten Drogen. Und da hauen wir natürlich drauf, also ist gar nichts zu diskutieren. So, hier, Anti-Alasing hoch, AVK hat es dick genug und hauen wir einfach mal rein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ob es witzig aufgezogen ist oder hier, oh weh. Uh-hah. Okay, also es geht eher in die ernste Schiene, oder? Three months after the car crash. Okay, also ein Autounfall. Ich dachte, ich habe einen Schuss gehört. Press any key. Den habe ich gar nicht auf der Tastatur. Okay, read the SMS message. Oh, also. Grafik gar nicht mal so schlecht. Push one to get your smartphone. Push left mouse button to read the SMS. Hier zuerst möchte ich mal, Maus-Sensitivität, die muss runter. Wie bei jedem Spiel. Oha. Immer noch sehr schnell. So, apply. Ja, schon. Ah, es geht. Lassen wir es so. So, Smartphone in die Hand. Natürlich. Read the SMS. Wer schreibt denn heute noch SMS? Hey, babe. Sorry, I missed you this morning. Still recovering from last night. Best of luck today. And remember, don't overexert yourself. Also, have you had a chance to ask about why you didn't get paid whilst you were off? Chose your dialogue by highlighting it and clicking. Oh, wir haben sogar hier antworten. Some of your decisions may have consequences. Ohana, Art RPG in Wild Simulator. Not yet. I only just got in. I'll ask in a bit. Yes, of course. You don't need to nag me. Ah, you don't need to nag me. Hurts ein bisschen. Na, komm, wir nehmen das Oro. Not yet. I only just got in. In a bit. Make sure you do. You are hero and the least they can do is pay you on time. Anyway, once the money is through, I'll go shopping. Maybe even pick up a new outfit. Something with lots of lace. Careful now. I may need to handcuff you if you keep talking like that. Oho. Wird's auch noch sexuell hier. Wollte grad sagen, wenn du die Hände jetzt nicht runter nimmst, wird das aber eine sehr interessante Gehweise hier die ganze Zeit so. So. Was sind das für schmutzige Heftchen? What is the officer? Talc? Talc? Ja. Zu viel Talcdrüsen oder was? Was haben wir denn hier? Alive. Special. Tactical weapons, silent and deadly firepower. Combat handguns. Wasserpistole 2000. So, was können wir mit denen reden? Schau, wo der Hund hat ihn gedrückt. Fuck. Ja, oh, das war aber. Es sieht aus, dass der Hände gut erholt hat. Oh, mein Bein? That's it. I'm going to his ba... Okay, also der... Es ist eine alte Demo, ne? Hier fehlen noch die... Die Sprache. Habe ich da jetzt wirklich... Nee. Get your salary from the accounting office. Okay. Ich muss mir das dort holen. Warum wird das nicht überwiesen? Was ist hier los? Talc. Can talk. Got to work. Got work to do. Ja. Natürlich. Lecker Soße hier. You're back? Well, there is a surprise. I would have used opportunity to retire. Zurückzutreten. Ah ja, okay. Das fällt mir jetzt jetzt auf. Okay, alles klar. Habe ich verstanden? Use. Verschlossen. Hallo? Block. Okay. Keiner meckert, wenn ich hier überall alles... Euer Löcher, ne? Nicht? Schade. Ich hätte da jetzt alles kaputt gekloppt. Und keiner meckert? Nee. Ich rede doch jetzt nicht mit jedem Einzelnen hier drin, oder? Ah, doch, doch. Komm. Hey. Ich hoffe, die Community-Outrechte blockenwerks. Crime-Rates have been risen in the neighborhood. Wow. Okay. Grafik ist nicht allzu schlecht. Oh, natürlich Donuts. Hey, 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 hey. Can't you see, I'm busy. Ja, jeder ist hier beschäftigt. Beim Rumsitzen. Geh mal lieber raus und schlag jemanden. Dein Job. Exit. Raus darf ich nicht. Okay, dann. Violence, Backup-Unit, irgendwas. Okay. Ich denke, ich riechere deine Gesichter. Ich bin Officer Erwin, ich bin hier neu. Geh mal lieber raus und schlag jemanden. Das ist eher so ein bisschen eine Sims-Sprache. Ja, ich hatte einen Autounfall. Die ganze Station hat über uns geredet. Und er hat lunch gemacht. No way is that the job of Polo's officer, even a newbie. Brötchen schmieren und so ist doch. Ist doch ruhiger Job, oder? Ein paar Brote schmieren, anstatt sich zu kloppen. Seidens, man will sich natürlich kloppen, dann ist das natürlich blöd, ne? Kann ich das nicht abbrechen, muss ich da jetzt... Oh, endlich! Das war ja... Das ist ja schon, äh... Final Fantasy. Von den Dialogen her. You're just upset because who is no longer the manager? Bla, 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 bla. Hey, ich möchte hier auf meinen Einsatz. Who the hell ate all the Donuts? Ja, bestimmt ich. Ich esse hier die Donuts. Ich. Immer. Wenn ich was kann, dann ist es Donuts essen. Washington Mafia Trunk. K.I. ist dann gut. Okay. Irgendwelche Gangmember. Missing Link. Ah, ja. Okay. Also, die Büros sind cool gestaltet, muss man echt sagen, ne? Hier abgestandener Kaffee. Mh, lecker. Hier, hol dir mal eine normale Tasse hier. Scheiß Plastikbecher, Umweltverschmutzung. Was ist denn noch von Starbucks oder was? Ekelhaft. Oh, das sieht aus wie der Accountant, oder? Welcome back. How was the vocation? Äh, ja, äh... Urlaub? Echt? Caught up some family time, before the kids hated we couldn't play any football vocation. Haha, how do you know I broke a leg, right? Jakob. I heard, but you managed to save that family. Who knows what would have happened if you hadn't stepped in. Anyways, what brings you down here? Uh, I missed your face. Well, I didn't get paid again. Oh. Jakob. Bam. You sweet talker, you will. Let me take a look at it. The doctor note, uh, ended up in my spam folder and didn't post that your payment as a result. Oh, cc wakakuu. Ja, vielen Dank. Thanks, Stacy. I got to dash. Catch you later. Ja, komm. Ah, cc wakakuu. Do you want it in cash or is it bank? Bank transfer is fine. Ah, cc wakakuu. Wörter. Bank transfer? Hä? Habe ich jetzt was falsch verstanden? Ich hab doch gesagt überweisen. Warum hab ich jetzt 3600 Dollar in der Tasche? So, und jetzt? Speak to the boss in the next room. Ah, natürlich hat der eine Sonnenbrille an, während es gar nicht mal so hell ist, ne? Is good to have you back, how's the lag? As good as that can be. Well, be sure to take it easy for a suspect you won't need to eat that advice, Stitta. Now there have been a few changes in the absence. Most importantly, we've refurbished the locker rooms and updated our MTL. Wow, sie haben ein Security-System. Verbessert. Okay, wir haben Schlüssel für unsere... Unser Schließfach bekommen. Wir sollen auf Standby bleiben. Find Sergeant Collins to get... Achso, die bekommen wir von ihm. Die haben wir noch nicht bekommen. Ich suche hier ein bisschen schnell durchzugehen, weil das... Das hier ist ein bisschen langweilig, oder? Ich glaube, ich... Ich sehe jetzt erst das... Alter! Der Bart und diese Frise, ne? Ach, das ist er schon wieder. Okay. Wie siehst du aus? Na gut, relativ normal. Ah, schön. Hä, das sieht aus. Haben die so eine Art Dresscode für Bärte oder so? Für Schnurrbärte? Alle dieselben Bärte hier. Oder zumindest zwei. Bisher. Sehr, 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 sehr. Wo muss ich hin? Ach, er hier. Ich habe das Quadrat gar nicht gesehen. I'm sorry, but we had to hand over your dust to one of the Wookies. Was? Funny. I almost had you, didn't I? Ah, wait. Ah, my wit is lost on you. What do you need? Captain said you've got my new access card. No surprise there. If you need me, I'll be enjoying my metal box. Wow. Okay, Schlüssel und Security Card. Change into your Uniform. Das sind ganz schön viel vorgeblänkelt, um hier auf Einsatz zu gehen, wa? Ist ein bisschen wie ein RPG aufgezogen, wie gesagt. An dir muss ich erstmal vorbei, oder was? Hey, friend. Can you scooch over? Are you blocking my locker? Oh, shoot. Hey, everyone. Snap is back. Snap? Alter, was? Was mit deinem Gesicht, mit deinen Haaren passiert? Hast du ne... Plastikkur bekommen? Mein neuer Nickname ist Snap. Okay, on account of my leg snapping. How original? Don't be such a surpass. So puss. Everyone here wants a nickname. Embrace it. Oh, yeah. So, wie ging's dir? Bla, bla, bla. Das letzte Mal hab ich dich in einem Krankenhaus gesehen. Mit meinem Bein in einer Form. You visited? Of course I date. You're my friend after all. And I'd like to think you would do the same if our worlds where we were. Of course. Natürlich. The chasm is the lowest form of food. Remember that. Anyway, our briefing is due to start. I let you get geared up. We'll catch up later. Danke dir. Ja, und die sehen natürlich alle aus wie hier mit Steroiden vollgepumpte John Sinas. Nicht, dass ich jetzt hundertprozentig wüsse, dass schon Sina irgendwas nimmt, ne? Aber sehen halt aus wie extrem gedopet hier alle. So sehen Wild Polices, äh Polices. So sieht die Riot Polices aber nicht immer aus. Naja, okay. Ist halt Klischee in diesem Spiel, ne? Jeder immer ein Sixpack und Brüste wie, naja, ist egal. Use. Man, überall können wir Talk, Talk, Talk machen. Perfekt saubere Wände. Aber dafür ein bisschen Schaden. Naja, ist immer noch eine Demo, ne? Ich glaube, das wird ja nicht unser Haupteinsatzort sein. Von daher, das ist gar nicht so schlimm, wie das hier so aussieht. Sieht halt alles extrem sauber aus. Das ist halt sehr unüblich. Relativ. Unrealistisch. So, oah. Ein Schäferhund, ein Deutscher. Süß. Ja, süßer kleiner Hund. Ja, süßer kleiner Hund. Das Spiel ist scheiße. Ich darf den Hund nicht streicheln. So. Das weiß doch jeder. Wenn ein Hund oder eine Katze im Spiel ist, oder ein Schaf oder eine Kuh, streichelt Funktion. Das muss ein Standardpunkt auf der Checkliste beim Spiele machen sein. Ne? Oh, das ist der Briefing Room? Okay. Also geht's doch gleich los. Ich darf endlich knüppeln. Oha, clear the street. Oh, jetzt geht's aber direkt ab hier. Oh, paar Besoffene? Ja. First run to take out the police radio. Read the message. Bravo 2. Do your ears deceive me or is that a party? Get your equipment from the officer in the police room. Tap left mouse button to select all the equipment items and move to your inventory. Okay. One thing at the carnage that will not happen if a fight broke out here. Williams, Angel, carden of the street. The rest of you get everyone out of here. Okay, over. Also soll die hier rausschaffen oder was? Take weapons. Oh, ja. Oh, ho, ho. Natürlich. Phaser ammo. Mmh. Und mad kit. Okay. Das wird ja so langsam richtig interessant. You can get your weapon using one and two. Some items like mad kit and ammo are available from your inventory. Okay, eins. Eine schöne, ah, mit Gummigeschossen. Get your shield. Tap G. You cannot use your shield while holding a two-handed weapon. A two-handed weapon. Okay. Clear the street. You can talk with civilians first. Try to make a wise intervention to gain respect points and avoid any aggression. Was? Aggression vermeiden? Was'n das für ein Spiel? So, mit G soll ich drücken. Passiert aber nix. So, drei. Ah, jetzt kann ich das Schild rausholen, wenn. Ah, ja, da unten nix, seh's. So, dann lass mal reden. Lisa and I both know you're coming back to mine, bla bla bla. Please get off me. Oh. Will der die Frau etwa? Nene, so nicht mehr ein Freund. Intervention. Oh. Back away from the lady hands where I can see them. Komm, wir versuchen's mal auf die Liebeart. Ist der ein Problem? Oh, Officer, nothing to worry about. Oh, my girlfriend here just happened to spill some drink over a server and it's being overly dramatic. I don't even know who you are. Babe, this isn't funny. Okay. Das klingt... ...about intervention. You have to pacify some of the aggressive rivals. Was? Oh, da hinten geht's schon ab, oder was? Looks to me like a genuine misunderstanding. Bla bla bla. Kann ich das... No, please don't leave me with him. Get cleaned up. Nix da, Alter. Hier, Schluss jetzt. Du hast die Frau hier. Aggressives, that list, the Stephanie are highlighted orange. Push E to drop down to the floor and arrest aggressive civilians. Naja, du aggressives Schwein. Oh. Push E at the right moment to prevent aggressive upon from getting out of your three-strained lock. Also, das wird ja immer witziger. Okay. Oh. Ja, hier, rein damit. Bam. Immer schön aufs Näschen. Na, komm. Drop and arrest. Ah, jetzt kann ich drücken. Okay, zack. Und da liegt er. Sehr schön. You arrested a civilian. Take the handcuffed civilians to the police van to clear the street. Also. Wird hier mal für Ordnung gesorgt. Komm. Kommst mit hier. Und du? Boah. Ey, Alter. Boah. Bist du nach mir geschlagen. Jetzt reicht's aber hier. Und? Runter mit dir. Komm. Bam. Da fehlen noch die Soundeffekts und so, ne? Die Musik schon mal. Yeah. So, einer. Ich knüppel hier alles nieder. Gnadenlos. So, Rainer. Oh, okay. Teleportiert. Scotty, beam me up. Mann, der Rest hat sich erledigt. Da haben die Kollegen geholfen. Oder was ist da so blau? Block the street with barriers to prevent aggressive fans from walking towards the city center. Oh, da sind ein paar Kollegen. Schaut mal. Mach ich alles alleine. Brauch ich keine Hilfe für. Die Hälfte von unserer Lebensanzeige ist schon weg. Was? Tab E to pick up the barrier and place it in the selected place. Ähm, ja, wenn ich... Press E stand da, aber ich kann... Stand doch E, oder? Warum kann ich das nicht aufnehmen? Okay, ich glaube, die Demo funktioniert nicht. Ich habe hier ein Problem. Ah. Oh, Mann, oh, Mann. Manchmal kann ich aber auch ganz schön dämlich sein. Upsi. Hat er manchmal gesagt. So, und noch eins. Okay. Objective updated. Take a place and information and wait for a bus. Okay. Da hinten ist die Formation. Okay. Na dann. Boah. Bürgersteig-Formation. Zebra-Streifen-Formation. Wait for a bus with soccer fans. Oh, weh, oh, weh. Das kann ja nicht gut werden. So, hier direkt mal den Taser rausholen. Wie lange muss ich da jetzt warten auf dem Bus? Wait for the bus simulator. Ah, da kommt er doch. So, was holen wir denn raus? Am besten nicht schrot, oder? Direkt schön Gummigeschosse. Will ich hier noch irgendwas lesen? Ne. Die machen jetzt bestimmt direkt Randal hier, die Fußballfans. Die Hooligans. Natürlich. Ey, du hast schon Waffen in der Hand hier. Gibt nichts. Nieder mit euch. Oh, der wollte brutal werden. Wild Event. Portality plus free. Jawohl. So, vielleicht lernt ihr jetzt, was ihr zu tun habt und was nicht. Oh, hinter mir. Oh, da liegt er. Bleibst du liegen jetzt, oder was? Liegen bleiben. Es macht Spaß. Ich sag's nicht, es macht Spaß. So. Stay in Formation. Whatever you do, do not provoke them. Do not provoke them. Das ist, glaube ich, vorbei. Hold steady. Don't break the Formation. Ich hab kein Leben mehr. Problem. Ich brauche hier. Ich brauche Medikit. Kann ich das verwenden? Hallo, hallo. Brauche mir Medikit. Ah, ja, jetzt. Ah, ja, jetzt. Liegen bleiben. Kann ich dem jetzt keine Handschellen anlegen, oder was? Ah, okay. Er gibt auf. Besser für dich, Freundchen. Okay, da fehlen noch halt viele Soundeffekte. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ein ganz witziges Spiel wird. Ah. Stillbleiben. Ja, wir haben's schon voll drauf, ne? Take a gas spray to stop the riot. I've stopped the riot. Averse to hooligans. Ja, wo hätte ich denn pfefferspray gehabt? Äh. Ah. Hallo, Held. Hallo, Held. Was? You did good on your first day back. Looks like your leg healed up pretty good. Nothing I couldn't handle, Sergeant. We had some issues with the Cordons. We wouldn't let them through and ended up injuring Johnson before the gold get... Er, be overpowered. Now mount up. Time to go home. Oh, Respekt plus 5. Und 5 Ränge, oder wie? Brutality. Negotiation effectiveness? Gar nix, ne? Mediakowich 0. Oh. Demo end. Das war schon... Oh, schade. Das hat Spaß gemacht, ne? Bisschen was mehr an Waffen und so. Und dann geht's ab hier. Komm. Machen wir nochmal. Take weapons. Her damit. Alles her damit. Ja, das kennen wir alles schon. Leertaste, Leertaste. Weg damit. Ja, 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 ja. Hätte man das wirklich friedlich lösen können? Komm, wir sagen mal hier. Talk. Fuck them up. Fuck them up. I think you have... Oh. Okay. Aha, das Gespräch geht noch weiter, obwohl gekämpft wird. Sehr gut. Schöner Pack. Schnauze. Wird hier nicht diskutiert. Lassen wir jetzt erstmal liegen. Dann kann sich ein Kollege drum kümmern. Ja, oder? Macht er das? Ja, komm, dann mach ich's halt. Wenn er... Okay, oder auch nicht. So, und der hier, ne? Get away from me. Help. Zack. Er wird nicht gefragt. Er wird ja direkt der Taser gezogen hier. So, und du? Wo willst du hin? Hey. Hallo. Hey. Scheiße. Wird's raus geschafft. Lad nach. Oh. Das müssen wir aber nochmal üben mit der Nachladerei. Okay, das war nicht so erfolgreich jetzt. Hätte ich ja doch besser den Schlagschock rausgeholt. One more step out of line, you'll be suspended without pain. Ups. Habt du gar nichts gemacht? Ich hab nur die Leute etwas gezüchtigt hier. Ah, und der filmt mich? Ey, hörst du auf mich zu filmen, oder was? Was ist hier los? Das ist... Alter, alter. So, in real life verherrlichen wir sowas natürlich nicht. Das ist ein Spiel. Denkt dran. Gift der Order. Oh, ich kann ihm... Use force to suspect. Make a wall formation. Assist me. Surround formation. Hier. Ich kann dir Befehle geben. Wie cool. Zum Schlagen, oder was? Ey, wo willst du hin? Der ist gerade in Zeitdupe. Wollt der wegrennen. Das ist auch interessant, oder? So. Gefordert. Arrest suspect. Hier. Schlepp den mal weg hier. Kann ich das auch aus der Ferne machen? Ne. Schade. Ja, dann führ den doch mal ab hier. Assist me. Ah, ich kann den nicht mehr auswählen. Okay. Kann ich die Aktion auch abbrechen? Ne, anscheinend nicht. Leckt ab Protester kann ich nicht mehr. Aber ich kann trotzdem Items immer noch schleppen. Okay. Alles noch ein bisschen broken, ne? Scheint eine sehr frühe Version zu sein. Aber das Spiel könnte ganz witzig werden. Ein bisschen andere Musik. Ein Haufen Soundeffekte rein. Nicht so viel RPG. Wobei, wenn man das am Anfang mag. Warum nicht, ne? Solange es dann nicht immer so weiter geht mit den 100.000 Dialogen. So, hier haben wir noch einen Bug. So, das lassen wir kurz laufen. Jetzt kommt gleich der Bus. Dann schauen wir mal. Diesmal lesen wir mal, was wir machen sollten. Was wir hätten tun müssen, laut Spielanleitung. So, das dauert jetzt wieder eine ganze Ecke. So, ein bisschen die Grafik hier. Ein bisschen updaten. Also, die Grafik an sich ist gar nicht so verkehrt, ne? Braucht halt sehr viel mehr Texturen. Der Polizeipuss kommt auch. Äh! Alter! Ey, bist du wahnsinnig? Ich glaube, die hackt's oder was? Überfährt der mich einfach? Ja, ein paar Modelle updaten, ne? Die Charaktere ein bisschen besser machen. Aber ansonsten, die Spielidee ist halt ziemlich nice. Könnte sehr geil werden. So. Stop the right, arrest the hooligan. Oh, da kommen sie. Und ein bisschen, und ein paar unterschiedliche Animationen für Srend und so weiter wäre gut. Aber das werden wir uns jetzt hinstellen. Take Gaspray. Ja, wo ist das Gaspray? Take a Gaspray to stop the riot. Ja, wo, wo, wo bekomme ich das Gas? Wo bekomme ich das Zeug her? Ah, take. Boah, ja. Jetzt ist Schluss. Ich kann, äh, irgendwie. Wünsche ich das jetzt nur einmal benutzen, oder was? Boah, ich krieg hier aufs Fressbrett. Oh, und ich kann jetzt springen über, hier das blockiert. Hey, mein Schuh, das geht nicht mehr. Ich kann nix, äh, gut. Dann muss ich wohl wieder Waffe wechseln, oder? Mich jetzt nochmal nehmen. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. So, nochmal 5 drücken. Jetzt ist es leer, ne? Ja. Okay, jetzt muss geknüppelt werden, hier. Komm, wer sind die, die kloppen? Die anderen können den Rest mal festnehmen und sowas. So, so lang knüppeln, bis sie rohig sind, oder? So, ich könnte die auch mal blocken. Mal gucken. Absorbiert das jeglichen Schaden, oder nur? Ne. Das reduziert ihn, aber... Oh, 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 oh. Liegt ja schon fast. So, so nimmt man ein Freund, ne? Luz. So. Ne, den wollte ich haben. So. Ich hab ne Schrotflinte in der Hand, Junge. Sag mal. So. Noch ein bisschen tasern. So. Viel besser. Und du? Was ist mit dir? Intervention. Talk. I was the suspect. Natürlich. Alle festnehmen. So, auf jeden Fall. Macht Spaß. Ich hoffe nach, äh... Beim Zuschauen macht's auch Spaß. Ist halt im Moment immer wieder dieselbe Musik, ne? Dieselben Aktion, aber... Muss ich mal ein Auto behalten? Könnte ein ganz lustiges Spiel werden. Immer schön auf dem Glatzkorb. Und ich hab im Moment auch eine, ne? Weil, äh, da wächst halt nix mehr, ne? Ups, ich hab's eh vergessen. Wo will man da noch was wachsen lassen? Ja. Ist halt so. So, wir sind wieder der Held und hin und her, bla bla bla. Ja, ja, ja. Okay. So, das war die Demo vom Wild Simulator. Äh, macht Spaß. So langsam geht mir die Musik aber ein bisschen auf die Nüsse. Äh, hihihi. Aber ja, ne? Ist halt eine sehr, äh, frühe Demo. Ähm, tut mir einen Gefallen. Wenn's euch auch, äh, gefallen hat oder die Spielidee gefällt. Äh, ab auf die Wischlist. Dann, äh, bekommt's mehr Aufmerksamkeit. Und vielleicht schaut der ein oder andere auch mal rein. Und vielleicht wird's ja ein richtig cooles Spiel. Kann mir da später immer noch gucken, ne? Ob's was geworden ist. So, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Und, ja, nennen wir es Demo-Donnerstag. Tja.